hey wo bist du zurück hier an die ecke wie ist egal sowas ich hab mein ah es brennen starten geht zum herr du hast keine arme kannst du mir noch was helfen ich habe Hilfe geblieben ja auch gerne jetzt die zu hilfe gekommen aber wenn das wollte ich von hinten von einem typen mit dem großschrank daneben das ist verdient du bist so ein dreckiger wichser ich hoffe dass du dir in die hose pinkel ist aber auch ein bisschen gemein dass sie so im im startbildschirm zwei so heroische krieger haben und kommt der kommt so aufs fett mein name ist tony gibt das gleiche was genau schiebt das gleiche aber hier ist ein goldener rüstung ich habe keine waffe mehr weil dann schild geblockt weggegangen ist ich hatte ich habe keinen kopf da ist jemand auf dem karren ich bin gern da ist einer mit der armbrust jakob erde verpässt euch hier vor der rampe ja ich versuche jemanden abzuschießen aber aber erfolgreich damit ich habe keine munition mehr ich habe mich halt die axt ich wurde mies aufgespießt gerade aber kein ding ich bin nicht so weit geflogen ich bin gestolpert beim landen auch gott ich bin dabei bin hinter den betont ich wollte keine full sachen machen jetzt machte das jünger kaputt der vogel menschen einer ich habe versehentlich die kronleuchter getroffen und zack erstmal multi kill das du weißt das leute ich wusste dass das geht deswegen habe ich das getan das ist mit ihm warum glaubt er wichtig ist du musst am anfang wenn du los rennt 4 drücken und dann einfach mal wurfwaffen schmeißen du triffst irgendwas ich habe eine balliste aus dem leben gefickt hier fang mal in die rot ein bisschen angetüttelt rot blau das ja hoi das machst du ich bin doch gerade erst gespawnt Du darfst, du darfst, du darfst, du darfst, du darfst?